Was ist die Zukunft der Schülerinnen und Schüler? Mein Name ist Boris Wein, ich bin seit dieser Legislaturperiode, seit dem 18. Januar, der Präsident des Hessischen Landtages. Einziger Ort, an dem eine Demokratie gestärkt und gebildet wird. Und wenn man etwas bewegen will, ist es eben auch klug, in diese Parteien zu gehen. Wir, der Stadtschülerrat Gießen, wurden heute eingeladen, in den Hessischen Landtag zu kommen. Und es war eine sehr coole Erfahrung, denn wir als Vertreter von unseren Schülerinnen und Schülern aus der Stadt Gießen, haben unsere Vertreterinnen und Vertreter halt kennengelernt und mal deren Meinungen bezüglich der Bildungspolitik uns angehört. Und haben uns echt coole, interessante und konstruktive Debatten auch angehört. Ja, mein Name ist Marleen Appun und ich bin derzeit Landesschulsprecherin von Hessen. Und wir als Landesschülervertretung freuen uns sehr über dieses Projekt, das es eben ermöglicht, Schülervertreterinnen und Schülervertretern auch einmal mit der Politik, die für sie zuständig ist, tatsächlich zu sprechen. Das heißt, ihre Fragen, aber auch ihre Bedürfnisse einmal an die Menschen zu richten, die im Endeffekt tatsächlich darüber entscheiden, wie denn Schule derzeit funktioniert. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn dieses Projekt fortgesetzt wird.